Hallo zu einer neuen The Forest Folge Hallihallo Wir sind ja jetzt wieder aus Versehen in die gleiche Höhle gegangen Wir müssen jetzt den welchen Weg nochmal zurückgehen Wir gehen wirklich immer wieder in diese Höhle Also irgendwie Aber man muss sagen die Höhle ist halt ganz praktisch mit Stoffen Ja ja ja, aber wir sind auch zweimal in diese Höhle Ohne dass wir in diese Höhle wollten Also das war so, hä, waren wir hier nicht schonmal? Ja, so, gut, wir gehen da jetzt Oh ne Uhr Oh, noch ne Uhr Ah, da genau, hier ist das Saal Ah, noch ne Uhr Wo ist das Saal? Gut, also ich geh da jetzt wieder hoch, ne? Ach, da ist das Saal, ja genau Gut, dann gehen wir da hoch Und dann markieren wir aber den Und dann markieren wir das gleich mal als Weiß Ja, ist Genau Weil die eine rote Flagge reicht, glaub ich Normalerweise schon, ja Gut, dann ist die andere lila ne Flagge ja normalerweise, dann ist da offen Ach Gott Scheiße Wir hatten das eigentlich voll doof Wir hatten voll das gute Flaggensystem Aber irgendwie ist das dann doch irgendwie schief gelaufen Weiß Ja, weil man halt, wenn man ein bisschen zu unregelmäßig spielt Dann passiert das schon mal Obwohl das eigentlich nicht so kompliziert ist Man könnte es jetzt ruhig merken Ja, wir machen es sogar eigentlich so, dass das farblich auch so Ja, rot ist natürlich Stoff und weiß ist dann halt, sieht man halt nicht Nur blau ist dann, müssen wir noch blaues führen, noch tauchen wegen Wasser Wo bist du? Ich bin, ich war ein bisschen hinter dir und ich weiß nicht warum So weit vorgehend So Hin und wieder mal Oha Wie viele? Das ist nur der eine Ne Ne Da hinten läuft noch immer Was, genau der ist bei dir? Also im Wald kämpfen musst du eh gelaufen, ne? Ja Ja gut, aber die können wir jetzt fast nicht ausschlachten Oh man Hast du dein Ding schon? Nein Ich habe die gleiche nicht, aber ich kann das nicht machen Da bin ich so sofort tot Scheiße, ist hier wieder aufgestanden Ja, ich kann es nicht machen, während da drei Leute sind Ja, ich kann es nicht machen, während da drei Leute sind Wow, noch mal einer Ja, hier sind drei, vier Leute Das sind hier Da ist mir schon fast ein Lagerfeuer machen Ja Wenn wir jetzt Wenn ich viel Rüstung verliehen Dann müssen wir es machen, ja Wow Okay Ich hab gerade verloren Holy shit Wow Witz Ja Brügelsegegenzeit Ne Keine Chance Ne Leute haben sich gekillt Ja Nein Ja komm, haut euch nicht. Ich unterbreche euch nicht. Noch mal eine Leiche. Eine habe ich gekillt. Sind die weggelaufen? Warte ich ne. Ich bring mal eine Leiche zu dir, weil da liegt sie ganz gut. Da ist noch eine Leiche. Noch irgendwo? Ich glaube... Es muss eventuell noch... Normalerweise liegt bestimmt noch irgendeiner. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wo. Kannst du mal das Lagerfeuer... Mhm, brauchst du mal das Lager. Kleine, ne? Oh, hier ist noch mal ein Schlafplatz. Ist was aber, hier ist noch ein Topf. Hätte ich beim letzten jetzt doch den Stein benutzen können. Aber ich war so in Panik, dass da irgendwie doch noch angegriffen wird. Das ist ärgerlich. Das ist sau schwer. Ja, ich hatte auch irgendwie Glück, weil es nur ein Typ war irgendwie bei mir. Ja, man muss relativ schnell schalten, bevor sie wieder aufstehen. Das ist bisschen nervig. Ja, vor allem... Du musst echt i drücken und deinen Stein auswählen, oder? Ja, ist nochmal blöder, weil... Du kannst immer kurzzeitig einen Stein auf zwei oder so auslegen können, anstatt Axt oder so was. Ja... Ist schneller zu lösen das Problem. Nee, nee, lieber nicht. Am Ende geht alles schief. Scheiße, ich habe nur noch zwei Rüstungen jetzt. Ja, dann kriegst du alle Knochen, weil ich habe nichts verloren. Ist doch... Sollen wir das Dorf dann eigentlich anders markieren? Irgendwie lila... Obwohl doch lila ist gar nicht mal so... Blöd bei dir ist... Ja, lila ist halt generell einfach... Höhle. Ehrlich? Ist lila Höhle? Ja... Ja, da machen wir auch überall noch solide als Zeug. Da ist noch ein Knochen. Oder? Perfekt. Das war's. Sind jetzt nochmal sechs? Jawohl, perfekt. Na ja, ein bisschen. Gut. Dann gehen wir da jetzt mal weiter. Da. Ich sehe immer noch keine Flagge, ne? Na, da sind wir dann hier beim... Ah, das... Das Dorf, klar. Wenn da jetzt schon die Dinger sind. Ja. Ey, war hier so ein See? War so ein See bei dem Dorf? Kann ich mich aber nicht erinnern. Ah, ich weiß noch, wo mal in der ersten Staffel war mal doch... Das weiß ich noch, da war mal... Ja, das ist... Das ist ein Angriffsdorf. Das ist ein neues Dorf. Wollte grad sagen, stimmt. Das ist ein kleinerer. Ein kleinerer. Mach das wie ein Outfit drin. Das sind so... Gleich wie überrum. Ah, Seil. Sehr gut. Ich dachte jetzt kurz, dass sowas zum Weg springen ist, aber... Das ist es nicht. Äh, Outfit brauche ich echt nicht mehr. Das weiß Seile. Ich finde das nervig mit den Seilen. Ich kann keine Seile mehr aufnehmen. Oh, da war das... Warst du schon auf dem Turm oben? Nee, war ich noch nicht. Danke. Mach das auch. Du, 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 du. Oder stecken... Am... Postbolzen? Was steckt da drin? Nein! Ich wollte Amprostbolzen nehmen. Verfügt die Scheiße. Nein! Amprostbolzen, ne? Boah, was war denn das jetzt? Boah! Amprost wär schon mal cool irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass die so... Wenn du einen triffst, einschaust, also One-Hit macht. Das ist ja geil. Amprost relativ stark ist, normal. Das ist hier, da ist nur ein Topf drin. Gehen wir weiter, oder? Hier ist ja nicht mehr. Nein, hier ist noch Stoff. Da ist noch ein Seil. Ne? Cool, dann können wir mal weiter. Ich habe immer noch keine Flagge. Oh, da ist noch alles. Wie soll? Alle hier sind für der Eingang. So, gleich mal markieren. Ja. Sollen wir da gleich reingehen? Äh... Jo... Sollen wir da gleich reingehen? Jo... Das ist die Knallschlocke. Äh... Was machen wir die dann? Machen wir die... Lila. Lila oder weiß? Weil wir gehen da jetzt eigentlich rein. Ah... Ich meine so nicht. Aber jetzt können wir uns doch merken, oder? Es ist schon schon Eingang. Ja, okay. Ja. Man weiß ja nicht, ob man da vielleicht... Die... Die Höhle vielleicht nicht ganz schafft, oder so. Oha, ist das dunkel. Ich überlege gerade, ob ich meine Fackel ausrüsten soll. Oder Taschenlampe, ne? Stimmt, Taschenlampe wäre cool. Batterien habe ich ehemalige gefunden. Oh, ich habe keine um 20 Prozent. Ah, ich nehme lieber mal meine Fackel. Aber ich habe doch mal Batterien verwenden. Stimmt. Ich habe es doch mal... Äh, gefunden. Wo sind denn die überhaupt? So mal, als Just for Info. Wo sind meine Batterien, die ich mal gesammelt hatte? Ach da! Leil, ich habe vier Batterien. Digga. Äh, zwischen den Sprengstoff und dort, wo das ganze Geld und die Tape-Kassetten sind und Geld und Münzen und... Gut. Armbanduhr. Kleiner Stein. Loll. Moderner Bogen mit Licht. Es gibt einen modernen Bogen. Handgemachter Bogen mit Licht. Wie können wir einen Bogen mit Licht ausrüsten? Goll. Ich überlege gerade echt, weil wenn du mal... Wo haben wir die Taschenlampe gefunden? Finden wir da vielleicht nochmal eine Taschenlampe? Aha. Was könnte man machen, wenn man das gefunden hat dann jetzt? Weil... Alter, das... Das Feuer sieht gerade richtig geil aus. Weil mit der Fackel... War das schon mal so geil? Ich glaube schon, ja. Mach mal kaputt. Hey. Hey, warum ist deine Fackel aus? Jetzt schon? Nee, nee. Aber irgendwie hast du es bei mir nicht kaputt gemacht. Das wolle ich selber nochmal kaputt machen. Ah, ah! Gott. Ist das nur einer? Nee, das ist noch mehr. Lass noch einen Zweiter. Ah, okay. Oh, Arsch. Greif mich halt nicht genau an, wenn ich das Ding mache. Ach so. Na gut, als wenn man da mit der... Ding angreift. Geht's aus, oder? Ja. Zwei, drei Schläge und dann ist die Fackel aus. Wo ist der? Alter, jetzt chill doch mal. Hau, hau. Danke. Alter, nicht gegen... Nein! Alter, wirst du nicht tot... Ja, weil wir wichs gegen... einen Stein gehauen hab die ganze Zeit. Hier drin zu kämpfen ist richtig behindert, ja. Einer ist tot, das ist schon sehr gut. Watt, den letzten könnten wir vielleicht mit einem Stein... Ja, ja, ja. Ganz vorsichtig mal schlagen. Ja, ja. Ist er tot? Ja. Ja, der ist tot. Ah, fuck. Mann, immer wenn's gehen würde, dann sterben sie sofort. Ne, kleines Lagerfeuer, oder lohnt sich's nicht? Oh, hier ist... Loll, hier geht's wieder durch. Ah, watsch. Sollen wir's markieren? Ja, das ist schlecht. Sollen wir die vorher verbrennen? Ja, das sind zwei Knochen. Nein, 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 nein. Machst du das drin markieren? Jo. Aber das geht auch, ne? Aber okay, das hier wissen wir jetzt nicht, wie's von außen ausschaut, ne? Ob wir da jetzt drin waren, oder nicht. Ja, gut, aber wenn wir dann wieder reinkommen, sieht man's vielleicht dann. Okay, hier geht's nach unten. Ach, gescheiß, aber ich möchte auch ne Taschenlammung jetzt. Sollen wir die jetzt verbrennen, oder nicht? Die zwei Leichen? Brauchst du noch Rüstung? Wie viel Rüstung hast du? Ich hab 1, 2, 3, 5, 5. Ja, dann verbrennen wir die schnell. Das sind zwei Rüstungen, bitte. Ja. Machst du, oder soll ich gleich ins Lagerfeuer machen? Warte, ich hab eh so viele Stückchen. Ich hab's schon gemacht gemacht. Du brauchst nur noch reinhauen. Ach, ich hab Hunger. Ja, ich hab erstmal so einen Snack. So, dann kannst du auch. Und dann kannst du die zwei auch noch gönnen. Wie geht's denn hier lang? Ja, also da gibt's jetzt drei Wege. Boah. Es gibt hier jetzt rein, dahinter, und dann... Aber vielleicht ist es... Warte, ich geh mal kurz ein bisschen hin, dann guck mal. Ne, da geht's wirklich hinter. Also da ist nicht nur ein Eingang oder so. Noch keine Grube, ne? Weil ich erinnere mich noch, dass so eine Grube auch das Katana, glaube ich. Wie viel Rüstung hast du eigentlich? Hm? Achso, sorry. Ich bin zu doof. Ne, sag mal. Ne, wie viel Rüstung hast du denn? Ich hab genug. Also, das ist... Selbst wenn du's jetzt noch zwei machst, dann... Das hab ich immer noch mehr wie du, glaube ich. Ah, okay. Ach, du musst mir Knochen einzeln geben. Okay. Das ist so doof. Okay. Wie's aufschaut so. Jetzt sind ein einzelner Knochen drin liegt, ey. Ah. Nein? Gut. Nein, nicht. Was? Ja, ein Knochen. Achso, ne. Passt. Dann gehen wir erstmal da rein, würde ich sagen. Oh, was ist das? Geld. Na gut, vorher nicht. Das hier können wir dran drinnen. Oh, das wär auch ganz cool, wenn man diesen Berg... Oh, der Helm, der wär so geil. Oh. Nice. Oh, da geht's auch runter. Oh, hier geht's ein Seil runter. Oh, du Scheiße. Das ist kompliziert hier. Oh. Aber markieren können wir es auch nicht so richtig, ne? Hier geht's auch noch nach oben. Boah, das müssen wir uns alles merken. Also, Glück sagt, müssen wir die Höhle jetzt komplett mal absuchen, damit wir das nicht wieder vergessen. Oh, mein Gott, hier auch wieder zwei Wege. Leckt mich. Oh mein Gott. Oh Gottchen. Da muss man schon fast... Oh. Dann gehen wir da durch. Weil, das können wir uns vielleicht merken. Oh. Neues Tier entdeckt. Auch Fledermäuse. Lol. Ne, aber die haben wir noch schon mal. Ja, wer stimmt. Vielleicht schlafen wir da vorne ist ein... Oh. Sie sind noch. Kannst du von hinten angreifen? Käfer bist du? Ich bin... Ich war doch ganz ruhig. Vorsicht, ich möchte auf dich zu drehen. Warte, 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 warte. Ah, Fett. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ah, da ist noch einer. Ne. Das ist ein Stein. Oh mein Gott, hier verzweigt sie es schon wieder. Alter. Ne. Ne, vielleicht ist da nur... Was dahinter. Das muss ja nicht sein, dass es lang geht. Okay, ja. Hauen wir dagegen. Oh, war das nicht mal die Höhle, wo was so verpackt war? Wo man irgendwie durch die Welt so dick geschlittert ist? Ne, das war ein Ding. Aber hier ist nix. Oh, so ein Seil. Lol. So ein Cars. So ein Shit. Gut, dann... Also das ist schon mal nix. Das kann man uns auch merken. Was ist hier rechts? Hier geht's nirgends mal auch. Bei der Kerze. Wo geht's? Hier ist... Ich höre Wasser. Hä, was ist hier? Oh, da sind Snacks. Hallo. Gerne. Herzen. Oh. Dann ist hier auch nichts. Fledermäuse haben wir einen ganz schönen Tiefschlaf, ey. Ich habe jetzt eigentlich schon den Faden verloren. Also hier ist Wasser, oder ist da nix? Ich glaube das ist nix gewesen. Hey, kommen wir nicht von hier? Alter, na, ich wollte dich nicht verlieren. Ne, Moment, ist hier wieder woanders hier. Wo geht's hier denn schon wieder hin? Scheiße. Oh, hier ist blutig. Oh, hier ist ein Seil. Ach du Scheiße. Warte, vielleicht ist das, wo es vorn runter ging. Was kommt schon? Jaaaa. Jaaaa. Äh, ne. Da war vorhin kein Wasser. Ach du Scheiße. Was ist das für eine komplizierte Höhle? Das ist das, das kriegen wir. Oh, ein Snack. Oh, das liegt einfach hier mitten. Oh, hier ist jemand. Oh, was ist das? Kompass! Was? Jaaaa. Ehrlich, ein Kompass? Oh mein Gott wie geil. Oh mein Gott, das ist. Ne Karte! Ne. Ein Kompass. Aber auf der Karte ist nichts. Aber auf der Karte ist nichts. Ach so, aber vielleicht muss man selber parkieren. Vielleicht muss man rausgehen oder sowas. Ach so, aber vielleicht muss man rausgehen oder sowas. Oh nein. Dass es jetzt die Karte gibt, das habe ich nicht gewusst. Doch, dass es eine gibt. Naja gut, eigentlich ne. Habe ich eigentlich auch nicht gewusst. Nice. Ich habe immer gedacht, ja. Wäre eine Karte wäre cool bzw. hilfreich. Aber irgendwie merkwürdig. Was hast du hier gefunden? Oh, bloß da was. Waren wir in der Höhle überhaupt schon mal? Ja. Also ich meine, auch in der ersten Staffel kann ich mich an keinen Vergleichshöhle erinnern, die so kompliziert war. Weil da ist wieder ein Seil nach oben. Ach du Kack. Aber ich glaube hier geht es raus. Das könnte man markieren oben, wenn wir schnell hochklettern und dann markieren. Krass. Sollen wir hier schnell hochklettern? Ich klettere mal hier schnell hoch, ne. Okay. Gut, aber hier ist wirklich Ende, ja. Das könnte dann echt sein, das hier. Ich habe gerade Angst. Ja, das sind Sterne. Lol, die haben wir schon markiert. Wir sind im Dorf. Ich gehe hier. Ach, das ist die Dorfhöhle. Aaaaaah. Können wir da wieder runter gehen? Aaaaaah. Aaaaaah. Gott. Da waren welche. Die schlafen. Ah. Komm jetzt her. Oh. Das ist, ah, das ist die Dorfhöhle. Ah, das ist gut zu wissen jetzt. Okay. Dann müssen wir, dass wir da auch waren. Okay. Dann könnte man es eigentlich fast. Dann können wir jetzt mal zurück gehen und die anderen Wege da. Erstmal genau, ne. Tun wir mal so, als wären wir hier reingekommen. Oh, hier ist noch was. Ja, das habe ich schon gesammelt. Blazen. Okay, dann ging es sich hier nur runter, also das haben wir ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Und ich muss jetzt einen Snack essen, bleah, ich esse jetzt einen Snack, weil ich Hunger habe. Ah ja, nicht drin, Fläten, oder? Und einmal Soda trinken, passt perfekt. Und Fläten geht es mir wieder gut. Ach, die Ausdauer ist mir noch rum, ist sehr schön. Die Reichweite von der Fackel ist irgendwie nicht, ist echt zufrieden. Jetzt müssen wir kurz überlegen, keinen Eingang verpassen. Halt, halt, was geht hier, sollen wir hier, sollen wir hier direkt rechts gehen? Weil wir kommen ja von hier, ne? Ach so, ja, stimmt, hier sind wir noch nicht gegangen. Ne, kommen wir nicht überhaupt durch, ah ja. Und dann könnte man hier rechts lang laufen. Ne, weißt du, ey, sind wir nicht von hier gekommen? Boah, fuck. Stopp, stopp. Stopp, stopp. Hast du die Stecke genommen? Wegen? Weil du hast ja vorne... Ja, ich bin voll. Also du bist voll gut. Ah, ist wieder Snack und irgendwas auf. Ah, wir haben den Kopf von ihm im Spielzeug. Oh, nice. Ah, cool. Irgendwie ist die Hülle geil. Die ist geil, Allah. Oh man, und jetzt, eh. Oh man, wenn man hier das nach oben geht, ne, hier geht's nicht noch. Doch, 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 das ist... Da ist das, da wo man die markiert. Genau, doch stimmt, weil da haben wir noch da gesagt, da geht's nach unten. Wo du mit dem Katana angefangen hast. Stimmt, ja. Ich geh jetzt mal nach oben, um das abzuchecken. Kannst du mal kurz draufhauen, ne? Wo? Ja. Wir sind körperlich. Nice, danke. Und hier ist das Wasser, was du gemeint hast, oder? Ach, das ist unser Lagerfeuer. Jawohl. Ah ja. Ach ja, und da ist dann... Achtung, ich mach's an. Nicht reinrennen, nicht reinrennen. Alles klar. Gut, aber dann gehen wir jetzt mal kurz... Also sind wir da rechts gewesen, bei dem Wasser? Genau, da sind wir da rein. Da haben wir angefangen. Ah ja. Dann gehen wir da jetzt wieder zurück. Und dann merken wir uns, dass wir dann da mal durch den Schlitz durchgehen. Alles klar. Alter, es ist grad so dunkel. Ich seh nichts mit dem... Ich hab ne scheiß Fackel, Feuerzeug und irgendwie... So, und dann kommen wir, sind wir theoretisch auch von da gekommen? Ne? Und jetzt... Ne, Moment. Da lang. Doch nach unten, oder? Ja, wir müssen da irgendwann mal nochmal das Gläserzeug finden. Alter, stimmt. Stimmt. Stimmt, das haben wir auch noch nicht. Äh, was? Oh, oh. Oh Gott, ich war grad im Menü. Oh, nein, 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 nein. Was, wenn... Wenn er mich angriffen... Warte, das noch einer. Pass auf. Boah, das sind voll viele Rennen. Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? Direkt vor mir. Ja. Ja, du darfst halt nicht noch... Ja, ich... Warte nicht töten, wenn er auf dem Boden liegt, ok? Ja. Arsch. Okay. Okay. Entspannen, ich muss... Ich hab Angst wegen der anderen. Ich hab keinen Bock, dass der andere mir in den Rücken rennt. Ich beschütze dich dann, wenn du dann da... Ja, warte, nee, warte. Der ist schon tot. Oder? Ja, der ist tot. Das gibt's ja nicht. Also, ich hab gut Rüstung verloren jetzt leider. Weil das so kacke da zu bekämpfen war. Ja. Hey, du. Hey. Hey, wieso die Leute über den Stein gelaufen ist? Hey. Was geht bei dem ab? Alter, das sind voll viele. Pass auf, nicht da reingehen. Dann muss man hier hinten. Achtung, der andere kommt. Das wird sich sogar eventuell lohnen, dann hier mal wieder in Lager. Hier dann drei Leichen haben wir oder so. Ich holen wir schon die Leiche. Ich muss das mal herlegen. Komm schon. Ich greife mich nochmal an. Au. Au. Achtung, der andere. Au, au. Der eine, oh Gott, der andere wird so liegen. Jetzt wieder, weißt du? Bei dem schaffen wir's. Komm, hau von hinten drauf. Nein, nicht daneben. Komm. Ja komm, mach. Der liegt in der Luft. Der liegt in der Luft. Jetzt hast du nicht erwischt, oder? Jetzt bist du tot. Ich weiß nicht. Komm. Komm. Toll. Du wer bist nicht angekommen. Ja. Ja. Jawoll. gut um ein trophy habe ich nicht bekommen muss ich da beide hände haben aber das war jetzt sicher ein kill jetzt also ach keine ahnung hast du letztes mal nicht gesagt dass du es wurde sie unten rechts nicht angezeigt glaube ich aber so ist es nicht doch eine ahnung er muss man da mal also ich habe wieder das next halten nicht so lang auch mann ich habe wir so viel rüstung für eine gut zwei handen wie viele rüstung hast du ich habe die hälfte verloren also ich habe jetzt 1 2 3 4 5 dann kriege ich zwei und dann war ja okay passt ist okay ach jetzt hast du eine mutanten rüstung gar nicht hingehängt oder nee habe ich nicht scheiße stimmt aber ich glaube da kann man so viel nehmen wie man will oder mitnehmen oder oder ist auch begrenzt ich glaube es können sogar begrenzt aber das gefühl eben konnten werden wir jetzt nicht so jetzt schauen wir mal 1 2 3 4 6 1 2 3 dann habe ich hier nochmal das habe ich jetzt macht jetzt wirklich ausgerüstet aber ich bin auch nach fein noch nicht geht nicht fallen lassen hier so dann gehen wir weiter weiter jetzt ich mag irgendwie ich habe nochmal eine batterie rein ich mag die taschenlampe ja ich finde meine batterien gerade nicht irgendwie und der lädt deswegen bin ich automatisch noch irgendwie habe ich das gefühl ich habe keine da hinten ist noch eine der rumbackt oder nee das war doch nur wasser weil ich glaube doch das ist vielleicht die ding war die höhle die so ich glaube du hast recht da wo es bei mir irgendwie nicht angezeigt hat so irgendwie war das und ich da nur schwarz war dass er auch eine riesige höhle das weiß ich noch war richtig kacke wieder raus zu kommen ich guck gerade nach oben ob hier irgendwas ist aber ich habe Angst dass ich da runter voll jetzt oh Gott da ist irgendwie ein Loch ich weiß auch nicht das ist nur was zu machen kommen wir mal da hinten was ist hier so paar Arme blutig blutig das sind ganz viele Arme Alkohol eine Kassette Kassette 4 eingesammelt Wolf on fire the haunting ja so ist wieder Musik ja 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 also ich höre mir das jetzt nicht an wegen weißt schon ja kannst nicht mehr Alkohol tragen mehr ist hier nicht okay das ist die geht es hier links weiter da sind wir ein Haarspray stehe ich nicht die Fackel kann man sie entspannen achso ne der kann man da kann man glaube ich tauchen hier ja ich das richtiges Wasser ja aber ich mag hier erstmal was ist hier weil da ist noch ein Seil oder sowas war da habe ich gerade gesehen und dann ist hier noch äh Wasserfall und sowas wollen wir da runter tauchen warte ich geh erstmal das Seil hoch was hier ist ein Seil ah Moment war das nicht ich weiß nicht war das vielleicht auch die Hülle mit dem Glätterzeug weil da hat man auch relativ viele äh so Seile und so daneben müssen glaube ich das Glätterzeug war ja in so einer Wand irgendwie drin gesteckt hier ist irgendwie was ein Outfit achso was ist das wieder irgendwas achso wieder irgendeine Malerei haben wir jetzt nicht verkauft ne wir haben es versehen nicht es gab glaube ich lol da muss ich schwimmen so tief ist das ehrlich sah jetzt nicht so tief aus oh hier gehts alter ich hoffe dass es jetzt die Höhle ist wo wir grad waren oi 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 wir werden hier nie alles ablaufen das kannst du knicken stelle ich mir auch grad sehr schwer vor hä was soll hier gewesen sein oh fuck hä warum warum kann man hier her hier ist nichts einfach gar nichts außer doch ja gut das das gemalte ich überleg grad soll man da runter gehen entweder mal Glück und es ist der die Höhle wo wir waren oder wo alle ich sehe die Fackel die bringt irgendwie gar nichts wo woanders jetzt ja das war doch hier 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 ja ich geh mal runter ahja ok ich weiß wo wir sind passt gut das ist jetzt die Höhle wo wir waren genau und jetzt können wir hier in der Theorie tauchen oder irgendwo gehts hier hinter da ist irgendwas mit Wasser voll oder so aber wir können auch hier erstmal abchecken was ist da alles drin da ist nothing da ist nothing auch wenn du das Wasser springst zieht der automatisches Ding an ne das ist ganz cool ja ok eigentlich kann man nur noch tauchen oder ja eigentlich dann noch nächstes Loch rein haben wir irgendeinen Abzweig jetzt vergessen ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht das stimmt ich glaub schon eigentlich hätten wir jeden Abzweig irgendwie mit so einem Lagerfeuer markieren müssen oder sowas ja oder mit so einer Flagge das was ja Flagge nicht weil die sehen wir ja immer im Hintergrund das ist ja blöd irgendwas bauen weißt du so irgendein naja stimmt schon cool also ich geh das einfach mal runter ne ja ist ja voll schwer nach unten zu tauchen weil eigentlich senke äh ja nicht muss die ganze Zeit so drehen ja genau ich drehe ja die ganze Zeit lol ist das hier alles oder was willst du mich verarschen wie ist das alles oh hier ist was Münzen gesammelt äh Münzen gesammelt sind hier nur Münzen los 20 Münzen gesammelt 20 Münzen gesammelt dann halt wieder hoch 42 Münzen gesammelt hä ist es ist jetzt ein Witz 86 Münzen gesammelt was na gut hä ehrlich das kann es doch nicht sein du musst doch irgendwo ein Loch geben wo man durchschwimmen kann oder das sehe ich zwar jetzt nicht irgendwie gut tun wir erstmal aufwärmen hä was das ist das ist echt alles dieses riesenloch für die paar Münzen ja geil nicht ja gut eigentlich haben wir dann alles abgesucht das müssen wir noch durch diesen bald oder warte noch ich erstmal ich sehe gerade von der Zeit her müsste man vielleicht wir waren jetzt eine halbe Stunde ist in der Höhle drin ne doch wir haben genau angefangen ja ne wir haben erst angefangen wir haben angefangen in der anderen Höhle wo haben wir schon in der anderen Höhle ja genau na gut dann 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 ja dann gehts in der nächsten Folge in den Spalt so Sachen weil ich glaube sonst haben wir eigentlich jetzt alles durch aber die Höhle ist wirklich unübersichtlich ja ich habe irgendwie Angst dass wir irgendwas wichtiges haben hier vergessen ja ich habe auch Tarn oder Kletterzeug oder sowas das wäre richtig nervig das wäre richtig mies aber was mich nervt ist dass die Fackle einfach gar nichts bringt irgendwie fürlässig sie gar nichts Taschenlampe ist jetzt auch nicht das weil ich mach die mal aus wenn ich hier im Lager vorher stehe ja das ist schon sehr grenzwertig auch mit dem Licht hier drin das ist so gut eine Batterie habe ich dann mal wieder Kettensäge mit Licht ja ja das gibt viele voll geil eigentlich dann danke fürs zuschauen und bis zur nächsten Forrest Folge Folge tschüss tschüss